Kapitel 2 Fried der Hase Wenn ich doch nur einen Freund dabei hätte, beklagt Ben sich in die Stille des Waldes hinein. Er friert immer noch. Zusätzlich zum Schnee wird es jetzt auch noch windig. Diese Verhältnisse sind typisch für Behrens End, das sehr nördlich liegt. Direkt an die Wälder grenzt der Ozean, der das ganze Jahr über frische, aber auch ziemlich kühle Luft bringt. Das Schlimmste für Ben ist, dass er eigentlich gar nicht weiß, wo er anfangen soll mit dem Suchen. Wenn du nach deinen Eltern suchst, dann halte Ausschau nach einer älteren Ausgabe von dir, hat neben seiner Adoptiveltern gesagt. Na, die sind ja witzig. In ganz Behrens End gibt es geschätzt eineinhalb bis zweitausend Braunbären. Und die sehen fast alle aus wie er. Doch hinter einem großen Teich, man nennt ihn hier den großen blauen, weil das Wasser in ihm so rein ist, befindet sich eine Wohnsiedlung. Und genau die möchte er aufsuchen. Denn dort gibt es nicht nur viele Bären in den Häusern, sondern vielleicht auch die Möglichkeit, eine Nacht lang eine warme Bleibe zu finden. Ben läuft und läuft und läuft. Nach zwei weiteren Kilometern bleibt er kurz stehen. Da war doch ein Rascheln im Gebüsch. Ben erschrickt und dreht sich um. Sein Instinkt hat ihn trotz all der Kälte und Anstrengung natürlich nicht verlassen. Er ist immerhin ein Bär und muss von Natur aus draußen überleben können. Aber wo kam das Rascheln her? Ben spannt seinen ganzen Körper an. Denn vielleicht muss er gleich ein lautstarkes Brüllen von sich geben, um, was auch immer sich da befindet, zu verjagen. Aber nur, wenn es ihm gefährlich werden könnte. Doch das, was aus dem Gebüsch hervorkommt, bedarf keinesfalls eines Gebrülls. Es ist ein kleiner Hase. Ganz sanft setzt er vorsichtig eine Pfote vor die andere und versucht herauszufinden, ob er aus dem Gebüsch hervorkommen kann. Ich tue dir nichts, kleiner Mann, sagt Ben mit sanfter Stimme. Komm hervor aus deinem Gebüsch. Der Hase richtet seinen Rücken auf und bewegt sich etwas schneller nach vorne. Ganz ohne Zweifel scheint er aber immer noch nicht zu sein. Wie ist dein Name, mein Freund? Fragt Ben der Braunbär mit seiner tiefenberuhigenden Stimme. Ich heiße Fred, piepst es vom Boden. Und Ben muss sich anstrengen, die Worte zu verstehen. Er beschließt, sich auf den Boden zu begeben, in die Hocke, damit er den Hasen besser verstehen kann. Bitte erschreck dich nicht, ich komme jetzt mal zu dir herunter. Und so sitzen die beiden da. Ein großer Braunbär und ein kleiner, weiß gepflegter Hase. . Bis zum nächsten Mal.